Ihr Lieben, auf dem Weg zum Glettersteig eine schöne Hülle entdeckt mit sehr vielen Weichenflaschen und wir dachten, wir halten das gleich mal an. Wir fahren das mal. Sind bei uns wo ist 400 Meter, sag ich mal. Jetzt ist es übertrieben, 400 Meter, aber sehr interessant. Schaut mal hier, wunderschöne Stollen. Wir waren jetzt schon am Ende. Ich nehme heute mal raus zu und zu, weil rein zu war es zu. Wahrscheinlich ein alter Reinteller oder irgendwas und mit Anschluss ein Stollenabfahrergebiet. Da ist sehr viel Müll drin, aber wir sind einfach mal rein. Hier seht ihr ja übelst viel Müll und Flaschen und hier oben sind alte Esselatoren. Das könnte vielleicht einer von Griechen was sein. Hier war es mal nicht. Das ist Granitmassiv hier heute. Und wie gesagt, so knapp 400 Meter geht es rein und dann ist es leider zu. Hier seht ihr ja überall reinflaschen. Dann haben sie hier die Holzbohlen wieder reingelegt und die Bretter drauf, wo sie laufen konnten. Hier kriegt das Weinklappenarsenal. Also hier, das ist sicherste Stein mit Granit, das ist unverwüßt. Also, das hält stand, da bricht nichts ein. Da muss ich keine Gedanken machen. Also, auf der dritten Höhe 2,50 Meter hier. Schön. Schön. Draußen ist eine Medaille-Gitter dran. Das kann man einfach ausklappen und geht einfach rein. Und die Bretter wieder schalten und... So. Es sieht jetzt kass hier an so einem Isolator. Schön. Und wir dachten halt auch, es geht weiter rein. Aber da kann man nicht drin stecken. Ich merke am Fußboden überall Flaschen. So. Und da vorne ist auch schon wieder der Ausgang, das Gitter. Hier ist das Isolator. Schauen wir mal. So. Jetzt sind wir wieder im Ausgang reingekommen. So. Jetzt wir den Teutemal beim Inhalten. Ist ja immer schlecht. Einmal eingehalten. Ja. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Abo da und ein Like. Dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand. Bis bald. Ciao. Vermüsstens.